Im PC-Bereich der Bucklige. Mein Ding, was der Dennis immer macht, wenn er sich unbeobachtet, fühlt es der Hammer. Ich hab letztens irgendwann mal, zufälligerweise, ne Giga Games Weekend-Sendung gesehen. Ja, da saß der Dennis da so an seinem Pad. Ja, genau. Das wird der Zunge gemacht da sehr, sehr gerne. Das macht er immer, das macht er immer. Du sitzt ihm ja direkt gegenüber. Ja, ich seh's sehr oft in der Redaktion. Dann ist ja immer so Gedankenversungen. Gee the Christmas Pooh, Browning, I love you. So, wir starten jetzt hier mal die Mission. Da lacht der Dennis im PC-Bereich. Da, das Spatz. Ich find es lustig, den Dennis so in freier Wildbahn zu beobachten, ist echt ein sehr, sehr lustiges Ereignis. Ich find, den sollte man bei Animal Planet mal zeigen oder so. Ja, die PC-Pussy, die ist noch nicht da, aber sie ist grad auf dem Weg. Sie hat sich noch ein bisschen verspätet in Leipzig, weißt du, sie hat dann noch bei anderen Pussys vorbeigeschaut und musste die unbedingt lecken. Und, weißt du, Pussys lecken sich nun mal. Reite dich nicht weiter rein. Habt ihr noch nie zwei Katzen gesehen? Die lecken sich gegenseitig. So auch bei der PC-Pussy und, äh, die leckt halt dann ganz gerne auch andere Pussys, damit die halt dann, damit's denen gut geht. Hey! Au! Mensch, es geht ja. Fertig geladen. Aufs Mikro, weißt du, dann wird der Ton mal wieder schweinesauer. Ach! Was war das? Ich find dieses Geräusch so gut. Ich hab grad...